Tschüss. Hey, was ist das denn? So gut. Geht das noch höher? Nee, nee. Ja, bau doch mal Motoren hin. Use. Alles klar. Engine. Off. Hä? Ey, das... Ey, kann man da nicht ein Lied draus machen? Ja, warte. Dumm. Was ist los bei dir? Warte, warte, warte. Ach. Geh weg damit, ey. Sie dürft ja jetzt funktionieren, oder? Nur noch, äh... Wir haben... Was ist das? Wir haben ein Auto gebaut! Brumm, 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 brumm! Geil! So, ich hab dir noch Reifen dran gebaut. Oh, du willst, das ist das beste Auto auf die Welt. Wir haben sogar einen Ersatzreifen. Hoi! Hoi! Wir setzen jetzt mal so eine Hebebühne hier hin. Lass uns das einfach gleich mal so probieren, Alter. So, guck mal. Ja, aber wir müssen, glaub ich... Achsen? Achsen aus Stein, Alter. Nein, nein, warte, warte. Hä, das geht doch gar nicht so. Doch, pass auf, Alter. Auf gar keinen Fall. Warte, hier muss dicker, nein, warte, hier muss dicker, hier muss dicker. Macht man die Hebebühne höher? Äh, mit den Falltassen. Oder? Nein, das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig, aber es ist egal. Hä, was? Du musst den Reifen weiter unten platzieren. Nein. Doch! Was passiert denn hier? Moment, das ist doch... Warum ist denn... Das funktioniert nicht mehr so, wie ich wollte. Das Pferd scho... Nein, hier passt keiner mehr hin, Alter. Warum? Wir machen einfach hier noch so einen hin. Und so. Dieses Auto ist so schön. Warte. Du musst das Ding schon wegbauen, ne? So, alles klar. Ach nee, wir brauchen noch einen Motor, Alter. Ach jo, warte, warte. Da müssen wir hier vorne noch eine Motorhaube dran bauen. Kevin, komm mal her. Du musst uns helfen als Star Engineer. Warte mal. Ich bin gerade hier dabei. So, Motor sitzt. Mann! Hast du Motor dran? Ja! Du musst ihn ja auch noch wie usen, Alter. E2Use. Was ist das denn? Ach, warte mal. Ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Warte, warte, warte! Was? Au! Warte! Oh mein Gott! Au! Warte! Hilfe! Hilfe! Au! Au! Jetzt warte! Ah! Ah! Kevin, sag ihm doch mal was! was ist jetzt passiert ich bin runter gesprungen kann man die sache nicht irgendwie drehen doch bestimmt aber wahrscheinlich mit Q&E probier mal aus Q&E geht das ne weißt du wie das geht wie denn du musst jetzt das ding hier nehmen das auf der letzten position liegt da musst du die Reifen musst du anvisieren das ist so ein blauer Punkt und den musst du verbinden mit dem Motor ich weiß nicht was es da will und was es da tut das schlimme ist ja oder das komische ach ist ja auch klar die Reifen können sich gar nicht bewegen hier Leute die Steine fallen auch runter so und diese Dreckserkältung man ja mach mal ich mach mal kurz jetzt hängt die Nase was ist los mit dir kannst du das mal wieder ausmachen ja pass auf jetzt läuft jetzt läuft der Motor ne so das Ding ist jetzt ohne Scheiß ist jetzt fahreinsatzbereit aber es steht auf dem Kopf also ach komm schon ja pass auf jetzt mach mal den Motor an mach mal Motor auf volle Pulle was geht ab mit dem Haus irgendwas stimmt nicht irgendwas stimmt nicht was passiert hier ich hab so ein Auto gebaut hast du nicht Rodeo hä warum ey kann das sein dass die Reifen entgegengesetzt laufen oh mein Gott spring einfach ab ich spring ab warte warte wir müssen an den scheiß Motor kommen Mann ich sitz mich oh mein Gott oh scheiße wow yo unsere Chance okay die läuft und da war irgendwas falsch ja du kannst du kannst du kannst ja mit rechtsklick warte mach mal zurück so ne der eine läuft noch falsch jetzt so jetzt muss das funktionieren nochmal Motor an mach mal Motor an bitte wie soll ich das denn machen E auf den Motor! Ja warte, so. Und dann hochziehen. Alter nein! Ihr zerrt das Ding rückwärts! Okay. Okay. Alter, komm ihr abspeedet, Junge, was ist los? Oh, das macht dich fettig, ey. So, ich würd sagen, dieses Modell ist gestorben. Wir sollten ein anderes bauen. Lass uns etwas Größeres bauen.